Oh, der war sehr dicht hinter uns. Okay. Wo ist der Turm? Irgendwo hier. So. So. Und er fällt runter. Und alle schrecken auf. Oh nein, doch... Oh, da ist ein Fähnchen. Okay. Ich glaube... Nee. Ich glaube, was falsch ist. Ich dachte, ich habe den Turm gesehen. Aber das könnte, glaube ich, gar nicht sein. Ist er das da? Nein. Der ist da hinten. Kommen wir hier so hoch? Ja. Das ist ja aber auch wirklich einfach jetzt. Schätz mal hier oben drauf. Kommt man hier einfach so an der Wand hoch? Ja. Ja. Durch die Farbe hier ist das sehr... Sieht man das gar nicht richtig, dass man hier hoch klettern kann. Hui. Na, ich schätze mal, hier muss man hoch. Ah, gut. Wir sind auf dem Punkt. Hier ist doch... Das ist doch... Beschiss. Hier ist auch nichts. So soll man denn hier... Ähm... Diese drei Aufträge hinbe... Oh. Wo soll man denn diese drei Aufträge hinbekommen, wenn man hier... Nirgendwo... Die machen kann. Naja, ich... Hoffe gut ist, dass man hier... Na, retten wir die? Ja, wenn wir hier schon so vorbeilaufen, dann... Beide sagen das gleiche. So. Wieder ein Mensch gerettet. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Oh je. Wie konnte das nur passieren? Kommt man hier rum? Und dann... Auf die andere Seite? Da vielleicht? Nein. Wir müssen ja irgendwie... Na, dann müssen wir wohl einmal... Hier erstmal wieder raus aus diesem... Tempelfiertel, oder wie man das auch nennen sollte. Hey, könntet ihr das bitte unterlassen? Er beobachtet... Herr Lauert! Er versucht uns ständig! Seid stark! So stark wie Salah, halt ihn! Und waffnet euch hier! Oh, jetzt haben wir den Redner umgeschmissen. Hä? Kann man die Laterne hier... ...bewegen? Oh ja, das geht. Und alle sind weg. Nur weil ich da ein bisschen durchgelaufen bin. Jetzt renne ich hier im Kreis. Ich schätze mal, dass es irgendwo... ...direkt auf der anderen Seite... ...dass die Wachen da nicht sagen, wenn ich hier Leute anrempel. Ich schätze mal hier, ja... ...muss ich wieder hier oben lang. War das hier jetzt gerade eine unsichtbare Wand? So, hier müssen wir hoch. Ne, nicht da durch, sondern hier hoch. Nein, da auch nicht. Über den Brunnen müssen wir. Und dann hier an die Wand. Und dann diesen... ...Raus... ...Holzbalken, die rausragen. Oder... ...was das auch sein soll. Doch, Holzbalken, die... ...rausragen. Gehen. Ähm... ...hier lang. So. Nein, doch. Gut. Mal sehen, ob man von hier oben runterspringen kann. Das wollte ich doch gar nicht. Wollte runterspringen. Oh. Was? Oh mein Gott, was ist das hier für ne... ...Sackgasse. Ja. 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 Okay, das ist ja jetzt hier... ...ganz einfach. ...ganz einfach. Okay. So, haben wir. Okay? Gut. So. Hier hoch. Und dann hier hoch. Und nicht da hoch. Ich wollte hier langsprengen. Genau. So, so. Warum hängen hier mitten über der Straße Holzbalken? Wenn ich ein... naja, ein bisschen Kampf muss sein. So. Oh, mal zu früh gekontert. Jetzt. Warum schmeißt er mich denn gegen Gewand? Ah, zu spät gekontert. Zu früh meine ich. Ich muss mich hier erst mal wieder eingewöhnen. So. Jetzt habe ich schon wieder Aua. Irgendwie... Kann ich jetzt irgendwie greifen? Ist das tief genug? Nein. Dann fliehen wir jetzt einfach. Nein. Das ist immer dieses komische Dings von der Action durchkommen muss. Ist da? Folgt der uns noch? Da hinten? Ja, versteck dich nur. Okay. Wo ist da oben? Auf der Hände? Ja, dann müssen wir, glaube ich, mal hier hoch. Ich wollte hier hoch. So, genau. Und hier hoch. Dann müsste das der Aussichtspunkt sein. Da oben. Und ich hoffe, den haben wir, kriegen wir Aufgaben, weil sonst... Wenn ich am Verzweifeln... Endlich zwei Stück. Aber wir brauchen ja drei. Okay. Okay. Da hinten müssen wir einen Diebstahl... Machen. Oh, wir sind... Hier. Achso, hier muss der Diebstahl... Diebstahl. Nein... Okay... Oh, wieder zu früh gekontert. Warum steht der Bürger da einfach so rum? Und es sieht ihn das, wie wir hier kämpfen. Oh, jetzt habe ich ihn sogar getroffen. Wollte ich doch gar nicht. Okay, ein paar Schläge noch. So, und jetzt müssen wir hier irgendwie tun, so als würden wir nichts mitkriegen. So, so.